Die Pop-Up Taschenlampe Die Pop-Up Taschenlampe verfügt über eine leistungsfähige LED-Lampe mit 90 Lumen bei drei Lichteinstellungen. Große Reichweite, mittlere Reichweite und Blinklicht. Und mit dem starken Magnetzockel können Sie sie an jedem Metall anbringen oder an Ihrem praktischen Griff aufhängen. Pop-Up ist die definitive Taschenlampe. Nutzen Sie sie, wenn Sie eine gute Beleuchtung benötigen oder als sanftes Licht auf dem Nachttisch. Führen Sie eine Pop-Up im Handschuhfach Ihres Autos oder in der Motorradausrüstung mit, denn das Blinklicht hilft den Notfällen, unsere Position zu markieren. Und warum nicht mit mehreren Pop-Up Lampen den Garten beleuchten? Pop-Up ist handflächengroß und lässt sich einfach im Handschuhfach, in Schubladen, in Werkzeugkästen und im Gepäck verstauen. Dank des integrierten Magneten können Sie sie immer dort anbringen, wo sie benötigt wird. Oder Sie an Ihrem praktischen Griff aufhängen. Die Pop-Up Taschenlampe mit dem leistungsfähigen LED-Licht mit bis zu 90 Lumen und den drei Lichteinstellungen. Hell, sanft und Blinklicht machen Sie zur idealen Taschenlampe für Zuhause, Bastelprojekte und für den PKW und unerlässlich beim Campen. Die Pop-Up Taschenlampe funktioniert mit drei Batterien, die eine LED-Lampe mit einer Lebensdauer von 100.000 Stunden speisen. Die Pop-Up Taschenlampe mit einer leistungsfähigen LED-Lampe mit 90 Lumen und drei Lichteinstellungen ist Taschenlampe und Tischlampe in einem. Mit Ihrem Magneten lässt sie sich an jedem Metall befestigen oder ansonsten am Haken aufhängen. Star Life Pop-Up ist die definitive Taschenlampe. Sechs Taschenlampen in einer. Denn als Taschenlampe bietet sie drei Einstellungen. Große Reichweite, mittlere Reichweite und Blinklicht. Und als Lampe bietet sie ebenfalls drei Einstellungen. Hell, sanft und Blinklicht. Sechs Taschenlampen in einer. Holen Sie sich jetzt Ihre Taschenlampe Star Life Pop-Up sechs in einer.